The Miracle ist das im Mai 1989 erschienene 13. Studioalbum der britischen Rockgruppe Queen. Das Album. Auf dem Albumcover sind die Köpfe der Bandmitglieder mit einer Bildbearbeitungssoftware zu einem einzigen Kopf verschmolzen. Dieses symbolträchtige Bild der Zusammengehörigkeit wird in den Angaben der Songautoren fortgeführt. Alle Titel sind erstmals mit der Angabe Queen als Liedschreiber bezeichnet. Dies ist auch durch die Umstände, unter denen das Album entstand, zu erklären. Brian May befand sich nach der Scheidung von seiner Frau in einem emotional schwierigen Zustand und bei Freddie Mercury machten sich erste Anzeichen seiner Aids-Erkrankung bemerkbar. Nach der Magic Tour im Jahr 1986 hatten Queen ihre bis dahin längste Pause eingelegt. In dieser Zeit widmeten sich die einzelnen Bandmitglieder ihren jeweiligen Soloprojekten. So dauerte es letztlich drei Jahre von der Veröffentlichung ihres letzten Albums A Kind of Magic bis zu A Miracle. Aufgrund des Gesundheitszustandes von Mercury wurde das vorletzte zu seinen Lebzeiten veröffentlichte Studioalbum auch nicht durch eine Konzerttournee unterstützt. Ursprünglich sollte das Album den Titel A Invisible Man erhalten. Drei Wochen vor der geplanten Veröffentlichung entschied man sich jedoch dazu, den Titel in A Miracle zu ändern. The Miracle vereinigt sowohl Popmusik als auch Rockmusik auf einem Album. Der für Queen-typische Sound ist deutlich herausgearbeitet. Als Rocktitel sind insbesondere Kasia G's Ship, I Want It All, Breakthrough, Scandal und Was It All What It zu nennen. Hier wird ein deutlicher Akzent auf die rockigen Gitarrenriffs, ein großteils akustisches Schlagzeug und die Möglichkeit von Mercury's Stimme, auch aggressiv zu klingen, gelegt. Nicht nur bei den Popliedern Party, The Miracle und Rhein Must Fall nehmen Synthesizer und Effekte eine zentrale Rolle ein. Ein häufig synthetisches Schlagzeug unterstützt den Popcharakter dieser Titel, die deutlich von den Strömungen der 1980er Jahre geprägt sind. Titel-Liste In den Produktionsnotizen auf dem Album sind, wie auch beim 1991 erschienenen Nachfolger Innuendo, für alle Stücke, Queen als Komponisten. Angegeben Die tatsächlichen Hauptautoren finden sich in eckigen Klammern. Was It All What It 5.45 Uhr CD Extra Tracks The Invisible Man 5.28 Uhr Single B-Seiten Der CD-Bonus-Track Hang On Endeavor war bereits vorher als B-Seite der Single You Want It All veröffentlicht worden. Drei Stücke sind ausschließlich auf der B-Seite von Singles erschienen. Auch bei ihnen lautet die offizielle Komponistenangabe Queen's D-Line. Hijack My Hype de facto von Roger Taylor geschrieben und auch von ihm gesungen. My Life Has Been Saved Die ursprüngliche Version dieses Songs, der in einer überarbeiteten Fassung auch auf dem 1995 erschienenen Album Made in Heaven enthalten ist, von John Deacon geschrieben. Die Single The Miracle enthält Live-Versionen von Stone Cold Crazy und My Melancholy Blues. Letztere ist auf den zwölf und CD-Ausgaben der Single zu finden. Detaillierte Angaben sind auf dem Album nicht verzeichnet. Den Liedgesang in You Want It All teilen sich Mercury, der den Großteil singt, und May. Produziert wurde das Album von Queen und David Richards. Aufgenommen wurde es von Richards. Assistierende Toningenieure waren Andrew Bradfield, John Brew, Angelique Cooper, Claude Frieder, Andy Mason und Justin Shirley Smith. Die Aufnahmen fanden von Januar 1988 bis Januar 1989 in den Olympic Studios und in den Townhouse Studios beide in London. So wie in den Mountain Studios in Montreuer-Stadt gemastert wurde das Album in den Townhouse Studios von Kevin Metcalf und Gordon Vickery. Für die Computerprogrammierung war Brian Celes verantwortlich. Chart-Platzierungen Das Album The Miracle erreichte folgende Chart-Platzierungen. Raute 1 Deutschland, Finnland, Großbritannien, Niederlande, Österreich, Schweiz. Raute 2 Norwegen, Raute 3 Italien, Portugal. Raute 4 Spanien. Raute 6 Schweden, Raute 23 Japan, Raute 24 USA. You want it I Raute 2 Niederlande, Raute 3 Großbritannien, Irland, Raute 4 Italien. Norwegen, Raute 8 Schweiz, Raute 9 Deutschland, Raute 10 Australien, Raute 11 Österreich, Raute 36 Kanada, Raute 50 USA. Breakthrough Raute 4 Niederlande, Raute 6 Irland, Raute 7 Großbritannien, Raute 24 Italien, Raute 28 Schweiz. The Invisible Man, Raute 4 Niederlande, Raute 12 Großbritannien, Raute 21 Italien, Raute 30 Schweiz. Scandal Raute 16 Niederlande, Raute 25 Großbritannien. The Miracle Raute 20 Niederlande, Raute 21 Großbritannien. Alternativ Versionen. Die als Single veröffentlichte Version von You Want It All unterscheidet sich von der Albumfassung durch einen deutlich anderen Beginn und ein gekürztes instrumentales Zwischenspiel vor dem letzten Refrain. Diese Single-Version ist auch auf dem 1991 erschienenen Album Greatest Hits 2 enthalten. Eine Hybrid-Fassung von You Want It All, die sich aus Album und Single-Version zusammensetzt, wurde 1997 auf der Compilation Queen Rocks veröffentlicht. Längere zwölf Versionen gibt es neben The Invisible Man auch von Breakthrough und Scandal.